Vor allem, ey Fahrer, was soll das heißen? Was? Was hat der gerade gesagt? Irgendwas mit Dick. Keiner denkt ganz schön pervers. Was? So was hat er sonst gesagt? Ich weiß es nicht, ich hab auch Dick verstanden. Ich hab verstanden, show me, eh, eh, show me your dicks oder so. Halt Keiner, stopp, stopp! Wie liegst du? Ich liege, aber er steht voll vom Autofahren. Maverick! Ne, haben wir gleich einen Privat-Helikopter für den Typen, damit er den wieder versenken kann. Hier, excited to play, Les. Hey, have you met this girl? Own's galaxy. I thought it was Tony. Tony's the look. So, Tobi's the right. Hallo Katzen. Hallo Tobi. You must be pretty cool. Coolest cat in town. Genie is bright. Was? Ich hab 6000 Geld bekommen dafür, dass ich in deiner Nähe bin. Ja, lol. Hallo Katzen. Hey Tobi. Hallo Katzen. Hallo Katzen, hey! bootstrahlig. Hallo Katzen, Tobi. Ich kann nicht einen Spider-Roll, ohne zu schauen, dass ich in den ersten 90ern schaue, was ich in den ersten 90ern schaue. Oh mein, Batsus. Oh, da sind so gute Pilsen. Oh Gott, da kommt ne Brücke. Ah, flieg unten durch, Tobi! Nee. Bei der nächsten flieg ich unten durch. Wo bleibst du denn? Naja, so'n scheiß Penner hat mich weggerammt. Flieg hier grad durch Brücken, mach hier geile Hubschrauber-Manöver und du? Mensch, und ich seh's nicht. Huch, Tobi. Da war eine Laterne. Hi Tobi. Die war nicht mit einberechnet. Hallo Cutter, hä, wo willst du hin? Achso. Na, ich muss ja wieder zum Nachtclub. Ja, weiß ich doch Cutter, ich bin doch schon lange da. Was ist hier drunter? Was ist hier drunter? Was ist hier drunter? Das war jetzt mal nicht schlecht, muss ich sagen. Schön. Ey komm, ich muss zugeben. Ja, ja. War gut, Tobi. Brücken und ich, Freunde. Brücken und ich. Alter, hättet ihr das jetzt gesehen? Ich bin runtergebremst und voll in die Brücke durch. Ich schaff das jetzt bestimmt auch hier rein zu fliegen. Sehen wir leider nicht mehr, Tobi. Seid ihr denn jetzt schon drunter? Ja, wir sind gerade rein. Boah, Assis, ey. Komm, ich bin jetzt hier rein. Ja, auch reinlaufen. Nee, ah, jetzt. Ich hab Leute draußen gesehen. Echt jetzt? Ja, die sind gerade aufgeploppt, als ich rein bin. Ja, geil. Boah, Freunde, es ist so warm. Alter, Tricks. Oh, der Typ mit der Glatze und dem Bart sieht cool aus. Cooler Stil. Vor allen Dingen alle so, Boah, da ist sie! Da ist Kata! Oh mein Gott! Als wenn du die übelste Party People wärst, weißt du? Ja, bin ich. Ich. Kata, was denkste? Ich? Glatze und Bart? Was? Nein. Alter, jetzt kommen mir die ganzen Typen weg. Ey, Kata. Was machst du hier auf? Was hier weg? Auf oder was? Wir haben einfach weggeschlissen. Ich glaube, ich hab ein bisschen Delay. Tja, Tobi. Alter, die Lichter sehen schon gut aus. Schade, dass man die nicht irgendwie nur blau machen kann. Boah, Kata, ey, du siehst nicht. Sorry, ey, mit der Frisur, du siehst aus, wenn's mit deinem Blau. Hä? Keine Ahnung, sieht so künstlich aus, Kata. Vor allem mit dem Lederfress, was du da anhörst. Oh, jetzt hier, Alter, die Schuhe! Ja, 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 ja. Cool. Vor allen Dingen übersetzen Jesus mit Herr im Himmel. Du hast ja die, äh, äh, die dinger geholt, mit den... Was? Du hast ja die, äh, mit den bodysuit geholt. Ja. Mit den niederländen Dinger. Okay. Kommt jetzt auch Musik? Hast du keine? Nee. Äh, deine Einstellung, weil hier läuft die ganze Zeit Musik. Ja, hab ich ausgestellt. Lol. Schwarzbild. Aha, tägliches Einkommen von 900 Dollar. Jetzt bin ich drin. Nur 900? Nee, warte mal. Äh, Nachtclub, tägliche Personal und Geschäft. Äh, okay. Nee, ich muss zahlen. Ich kann tanzen. Oh, mit, mit Dingens. Ja, ja, das hab ich auch schon gesehen. Es gibt so einen Tanz, äh, Stil. Da kann man, äh, einstellen, wie man, wie man tanzen möchte. Stil. Ich will erst mal lässig tanzen. Wo kann ich denn, wo, wo kann ich denn tanzen? Ahaha, meine Kind voll ab. Kann ich denn tanzen? Äh, einfach auf der Tanzfläche oder nicht? Äh, ich tanze ja hier auch voll ab. Okay, ich muss gerade... Aber nice, nice. Alter. Gehst du ab? Warte mal, Tobi. Wo bist du? Wo bist du? Warte, warte, warte. Hi, Tobi. Du musst, du musst den B mit A drücken, glaube ich. Alter. Geil. Ich würde gerne mal, äh, ich würde gerne mal ein anderes Tanztier ausprobieren. Ich will nicht mal tanzen, wie kann ich das abbrechen? Ähm, Fadenkreuz nach, nach rechts. Drehen, Aktion, ausführen, RT. Jetzt gehe ich mal hoch auf die, äh, Dinge, mal gucken, ob ich auch, äh, was machen kann. Äh, wie kann ich denn hier wieder... Wie kann ich mich bewegen, Cutter? Wie geht denn das? Ja, Steuerkreuz nach rechts. Hey, Leute, jetzt geht's wieder. Verstehe ich nicht. Was hast du denn für ein Tanzstil gehabt? Äh, ich hab mit... Mit X hab ich gedrückt und bin dann so abgegangen. Ähm, nein, man kann seinen Laufstil... Verändern, äh, seinen Tanzstil verändern. Äh, Tanzschrift, Tanzstil. Achso, ich hab, ähm, ähm... Mach mal lässig. Fokus. Ja, ich mach mal lässig. Guck mal auf die Bühne, Hoben. Da bist du jetzt, oder was? Find'em DJ. Alter, warte, ich komm mit hoch. Ich find das allgemein... Ich feier das so ein bisschen. Das ist echt geil. Alter, da steht der Typ in den Leuchtschuhen oben drauf. Ja, aber ich feier das, Tobi. Alter. Drück mal anstatt A, drück mal X. X gedrückt halten, oder? Nee, drücken, immer drücken. Geht gut ab, Kalle. Ja, ja. Die Musik ist so schlecht auch nicht. Nee. Ein bisschen Haus, oder? Ja, ja. Die Frage ist, war das jetzt eigentlich alles? Nee. Ähm, wenn du das willst. So, ich mach jetzt mal Tanzbänden hier. Ähm, Bänden. Ich geh jetzt mal hoch in mein Dingens. Ach so, warte mal. Lass mich mal... Das heißt, guten Tag, Pöhr! Hä? Nichts, dein Angestellter hat mich nicht gegrüßt. Ach so. Ich geh mal kurz Getränke ausschenken. Vielleicht kann ich das machen. Ich kann mir hier oben auf jeden Fall einen reinkippen. Wenn der VIP war. Ich kann mir Shots einkippen. Gott, lol. Ich kann mir keine Getränke auszahlen, schade. Aber du kannst trotzdem hinter die Bar, ne? Ja, ja. Das kann ich. Ja, ich kann da nicht rein. Da kann nur der Besitzer rein. Komm mal mit. Ja, der kann nur der Besitzer rein. Ja, komm doch mal mit. Ich halt dir die Tür auf. Nee, der geht richtig dann rum und fliegt raus. Oh, schade. Nice, Alter. Übelst Party. Also, es hat echt was, muss ich sagen. Die Lichtstimmung ist auch irgendwie geil. Lass mal von hier oben gucken. Ah ja, läuft, läuft, ja, 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 ja. Oh, Beliebtheit zum Auf-Voll. Wand-Tresor 0 Dollar, Tobi. Wand-Tresor 0 Dollar. Ja, ich habe unbüßige Anzeige im Eck. Werden da noch irgendwie Geld verdienen, Kader? Die Frage ist, wie? Setz dich doch mal in den Rechner und guck mal, was man machen kann. Mich würde jetzt mal interessieren, wie es außerhalb des Clubs aussieht. Setz dich doch mal jetzt erstmal kurz in den Rechner, Kader. Okay. Guck mal erstmal, wie man, was man hier noch machen kann. Und dann können wir mal kurz rauskommen. So, ob der Menschen vor dem Clubs sitzt oder nicht, oder stehen. So, was haben wir denn? Ah. Was siehst du denn gerade, Kader? Ja, warte, er redet gerade. So, was siehst du denn? Okay, pass auf. Ich habe hier eine Startseite, wo Nachtclub Beliebtheit ist. Der ist voll Nachtclub-Job angenommen. Null. Einkünfte null. Lagerhausverkäufe null. Gut, wir haben ja bis jetzt über null. So, dann gibt es einen Reiter mit Nachtclub-Management. Beliebtheit ist voll. Spielerbesuche null. Aktuelle Besucheranzahl volles Haus. Aktuelle Tageseinnahmen 10.000. Tresorkapazität null von 70.000. Und Romy-Auftritte null. Ich kann jetzt den Club bewerten. Sind sie sicher, dass sie die Club-Management-Mission starten möchten? Okay, sollen wir die mal machen? Weiß nicht, Kata, es ist schon sehr spät. Fortgeschrittene Zeit. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt erstmal an und dann machen wir den Morgen weiter. Okay, pass auf. Nachtclub-Manager war das jetzt. Da gibt es jetzt noch Resident-DJ. Da kann ich... Ah, da kann ich die DJs austauschen. Warte. Okay, wir können tatsächlich verschiedene DJs noch beauftragen, unser Zeug. Okay. Den haben wir gerade. Ja, jetzt ist es ja gerade der Salomon. Ja, dann... Ich würde ihn eigentlich erstmal lassen, muss ich sagen. Ja, der ist nicht schlecht. So, dann haben wir Lagerhaus-Management. Ähm... Okay, da können wir tatsächlich noch Leute, äh, beauftragen oder beziehungsweise noch Leute herholen. Äh, auch, ähm, Waren annehmen, Frachtgüter, ähm, Bioprodukte, Papierwaren und alles so, ähm, so gedöns. Also das heißt, äh, hier das Ganze annehmen. Dann in der nächsten Reihe der Güter verkaufen. Warte. So, und dann haben wir noch, äh, Verbesserungen. Da können wir unseren Club noch ein bisschen aufrüsten. Für 1,4 Millionen. Noch, äh, Personal einstellen. Für 470.000. Und noch mehr Sicherheitsleute, falls nämlich da was passieren sollte. Ähm, für auch nochmal 700.000. Ja, das ist mal so hier das Zeug, was man da machen kann. Schön, schön. Ja, würde ich dann tatsächlich dann beim nächsten Mal machen. Genau. Dann gehen wir jetzt noch gucken, wie es vorne, äh, wie es vornherum aussieht. Richtig, richtig. Weil wenn der Club besucht ist, vielleicht stehen da tatsächlich noch Leute. Ich hab ja vorhin schon was gesehen. Tobi tanzt wieder ab, ja? Nein. Kommst du mit? Kommst du mit, Tobi? Ja, kommt die alle mit. Entschuldigung, entschuldigung, darf ich mal durch? Entschuldigung, ja. Der tanzt sich auch so durch die Menge, ne? Was macht's ill hier draus? Das heißt, immer noch guten Tag, Sir. Sag mal, sag mal. Mit deinem dreckigen Schuh an meiner Wand. Und, ich glaub, bei dir hakt's noch. Ich glaub, bei ihm läuft sowieso einiges falsch. Und, wie sieht's aus? Alles gut? Ah, warte mal. Drücken, hm? Um den Eintritt im Nachtruf zu verwalten. Ja, lol. Eintritt jeder. Ah, Eintrittspreis kostenlos. Und Kleidungsordnung. Ja, was machen wir denn bei Kleidungsordnung, verdammt? EDM, keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir Techno. Ah, das sind die einzigen zwei. Okay. Okay, oh. Huch. Ich hab jetzt mal EDM gemacht. Äh. Okay, das sieht schon anders aus. Die sehen alle irgendwie ein bisschen anders aus. Ja. Aber lasso, sieht okay aus. Sind jetzt alle ein bisschen bunter angezogen. Na, passt doch. Ja, der heutige Tag ist noch kostenlos, weil der Club offen hat. Ab morgen wird's dann teurer. Was nimmst du denn für so eine Karte? Weiß ich nicht, ich muss mal gucken, was man dazu verwalten kann. Also ich würd' ja sagen, so 25 Euro. Also bis zu 100 Dollar kann man gehen. Ja, mach 25. Von 5 Dollar bis zu 100 Dollar. Mach 25, 25 ist ein guter Preis. Okay, aber wie gesagt, erstmal kostenlos. Ähm, wer darf rein? Jeder Crewmitglieder, Freunde? Ne, mach doch ab jetzt. Äh, 25, dann kriegen wir vielleicht sogar schon Geld noch. Die sind da jetzt alle schon drinne. So, und wer jetzt rausgeht, der hat dann halt Pech. Okay. So, geh mal rausgucken. Wow. Was ist? Keiner da? Keiner da. Doch, hier ein paar, aber es ist halt am Tag, deswegen würde ich sagen, ist wahrscheinlich noch nicht so viel los. Also man hört schon den Sound. Ey, Freunde. Macht mal ein bisschen geladene Stimmung hier. Alter, Tobi. Kada. Bist du mal auf, ja? Steige ein. Ne, du hast Sterne. Hab ich nicht, ich hab nur einen Stern. Kada, steig ein jetzt hier. Du musst mir helfen, die Polizei loszuwerden. Nimm das am Geh jetzt, verdammt. Aua, meine Security-Fan. Der steht auf mich. Kada, Hilfe, Mann. Ich brauch dich am MG. Tobi, wir müssen jetzt eh die Aufnahme beenden. Ja, dann können wir das so machen, indem wir in unseren Tod fahren, Kada. Los jetzt, Feuer. Damit das MG dort oben wenigstens ein bisschen nutzen werden. Oh, ich hab dein Auto mal im Weg, Tobi. Ja, dann kann er eh ohne Witz. Das ist eigentlich nicht so. Fährst du? Tobi? Fahrt doch. Und damit bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da und abonniert, wenn euch der Kanal gefällt. Am besten lasst deinen Daumen da. Tschüss. Ich würde es verstehen, wenn du jetzt abschalten würdest. Tschüss. 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 Tschüss.